Keiner wie ich weiß Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wow wow wow! Das zählt! Den hätt's fast gelegt ey! Aber übel, Alter! Ich nie! Das zählt ey! Muss im Stream jetzt gucken ey, ich bin wirklich eine Zeit lang auf seine Rede gefahren ey! Zack und da war's! Weil er halt voll übertreiben tut ey! Ja, das ist hier... Wollen wir in der kommen? Wächtens werden sich ja wieder alle! Jetzt übertreibt ihr den Masten aus? Ja! Puh, jetzt haben die Schlüssel gekomm' ey! Ich mach' mal den Scheiß, Mutti Scheiße da! Dann wäre der Knaller gewesen, ich komm' an und... Pumplikum! Dann noch 570 Meilen! Da kommt der Anschluss, Alter! Guter! Jetzt kann ich nicht mehr langsamer fahren, das ist schon anstrengend auf Dauer! Ja, schnell fahren! Du musst halt mehr aufpassen, ne? Joby, wieviel Schaden hat deine Fracht? Meine Fracht hat von vorhin noch... 11%! Oh, das geht ja noch! Ja, weil der Typ mir ja hinten reingeschippert ist! Ja, Luca! Ich hab's nicht vor! Ich hab von wegen dir schon keine Kohle gekriegt! Was? Wegen mir? Er fällt gegen die Wand! Ich bin ja auf die unsichtbare Wand! Ja, und? Unsichtbar hin oder her? Du bist gegen eine Wand! Ja, super! Ich will ja nichts herunter machen, da kann ich doch nichts für! Das muss ich nie machen! Ich hab' ne Klochen! Ich hab' ne Klochen! Wie viele Meilen hat ihr noch? 500! 480! 490! 490! 490! Und 12 Stunden noch! Und du, Domi? Äh, 350! Ja, passt auch! Was? 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 äh jetzt haben wir dem scheiß setter oben auf hier ja ich weiß es nicht ich habe noch nicht nach wie soll ich es nachschauen ja wenn die du anhältst alle streben bei voll auf das ladegerät bei meiner mann stehen lassen Nein. Haha. Hey, du brauchst du bloß auf deinem Handy das Ladegerät nehmen, oder? Ja schon, aber das sind vier Akkus, da kann ich extern nicht laden, dann muss ich ein Ladegerät laden. Das ist blöd, jetzt hat der Verkäufer mich auch nicht gut gemacht. Ich bin unterwegs, ich will das Dingauflagen, geht nicht. Oh nein, Kabel kaputt. Kabel getauscht. Oh nein, der Ansteller kaputt ist. So, wenn alles kaputt, dann sagt er erst dann, du brauchst ne Akku. Oh nein. Richtig. Ah, der Carlos, du bist voll weit weg, Alter. Der reizt, ne, wie du im Vorfeld wieder. Weit weg. Patrick ist doch direkt hinter mir. Ja. Du hättest rein und dann noch was wollen wir, das von mir schon an der Zeit. Dann geh ich jetzt runter auf 5. Erstmal. Ey, Mutti, mach mit. Alter, wie klein das aussieht, Alter. Den Multitredger, Alter. Übel. Vor allem, der ladet sich ja Tobi. Oh, jetzt habe ich den Carlos, Tobi und ich lade noch. Ja, bei Patrick kommt nix. Was? Ne, ich weiß nicht. Keine Ahnung, was mit dem wieder ist. Was mit dem wieder ist? Was mit dem wieder ist? Weiß es selber nicht, ich hab ja noch nicht nachgemacht. Hast du vielleicht auf ne Taste gedrückt oder so? Weiß es nicht. Ich hab vorne, ich hab dir grad von angemacht und dann sagte Rico, dein Stream nicht läuft nicht. Wie? Die geht nicht. Sehne muss ich erst nachgucken. Guck mal, der ist jetzt gehen wir wieder Vollgas. Jetzt sind ja alle da. Ja. Muss ich jetzt vom Gas gehen? Auch das ist das Scheiße. Mach mal dein Fernlicht hinten aus, bitte. Bist aus. So höchst. Sag mal mir so hell. Bubi. Was? Ich hab mein Fernlicht an ihn an. Du hast du wie jetzt 20.000 Meter? Du Vogel. Ja, ich bin doch die Positionsleuchten so helfen. Geiß egal. Naja. Neuja. Ja, Jochen. seriously komplett aus oder was? Ich? Ja? Ja. Ja, bloß fertig. Ich hab nicht Poupé. Ach, doch, kommen wir hier von vorne. wir werden wir fast reingeknallt wir werden wir fast reingeknallt junge fährt nicht mehr gefehlt 30 und 60 durch ja logisch wahrscheinlich die ampeln sind eh aus patrick das ist ein scheiß weißt du mich also einfach auf mein handy russ das ist ja aber nicht so lange ich war nur so drei kunden noch mal gott wie weit wird er unterscheiden scheiß karri für eine spielspartier gleich spiele der abbiegerei sagt nur abbiegen ab und abbiegen ab abbiegen abbiegen muss gummi geben Leute und so ein Schuh geflogen heute fahren wir mal alle mit weißt du das ja wir treffen uns ja alle und fährt mal haben wir alle kommen einkaufen weil wir diesen laden kennen was wohl was wohl wort gibt es aber bei uns nicht mehr haben wir überhaupt mal ein ja mal geht immer in der metro in den frischen gab es einen der hat auch schon seit zwei jahren gibt es den auch nicht mehr mich hier in Kempten weiß ich auch nicht das ist hier in meinem Urlaub gab es ja das witzige ist der Uhr zweier mal ausland gibt es eh nicht so viel ach du bist hier im Ausland jetzt haben wir vorhin festgestellt dass du im Ausland lebst wenn der Regionalzug nur sie die Stunde fährt besser als zwei stunden warten ja aber bei uns fährt er ja idealbestimmt also es ist kein Ausland du bist doch schon 30 jahre kein Zug mehr gefahren alter ich weiß ja dafür haben wir jetzt einen Action wir haben ganz viel mit zum Kempten gehabt ich hab grad Rekord an der Arschband gefascht aber ich war 65 voll 370 ich mach mal ein bisschen Abstand sicherheitshalber auch noch ja falls irgendwie ein Leck kommt Patrick dann hängst du mich hinten drauf schreibt mal was im Chat ich weiß nicht was er gemacht hat oder was schreibt mal was im Chat los schreibt mal los schreibt mal los gut so ist das ein Knade ey schreibt mal was im Chat ja was soll ich da schreiben ich bin schon mal angesprochen du hast ja nicht gesagt wen also ich hab auch gar nicht selbst hier das du das gesagt ganz leise ich hab gar nichts gesagt schreibt mal was im Chat verarschen alter das hat auch nichts dabei was sie erwarten wir haben jetzt er festgestellt dass wir kommen einfach wieder zu viel wörter gelernt hat es ist total geil wie gesagt ihr trotzdem da vorne mehr schnell als ich ja die langsame wir haben die näher nehmen wir mal runter auf 55 damit die opa verein da damit der opa verein da hinten mal wieder rankommt ja schau dir den sack an das ist doch ein arschloch wie sie hatte so das gibt es gar nicht fängt er wieder so an was bis es wieder ausartet ja genau mit dich wenn dann ich glaube man pv gas oh nein ich muss auf der waage ich auch warum muss ich nicht auf die waage ja weil du nicht zu schwer bist weil ein außenseite ist weil er kein word of rucks echt mal du außenseite du das sind die mucke alter bis hier die 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 Der Rico findet die Tast, der hat rausgemacht. Der Rico findet die Tast, der hat rausgemacht. Das ist zum Beispiel gar nicht in Schrafen. Auf Top-Schön. Einmal blicken, du musst dreimal blicken. Einmal blicken! Einmal blicken, mit Familiengangs, siehst du denn den Boss? Heeeey! Geht mir jetzt hier die Schnauze ab, der Vogel. Hör mal, Tom, komm, fahr durch. Los, Tom, jetzt musst du noch Tobi von hinten beglocken. Glaubst du, oder was? Wie macht ihr denn, Alter? Wie sind die am Kuscheln hier, Alter? Ja, dann, meint ihr, die sind auch witzig zu machen. Ja, genau, ey. Kannst du da vorne auch leser kriegen? Ja. Ja. Ja, dann lass mich halt vorbei. Ja, ja. Ich muss warten, bis wir oben sind. Haku ist drin, in der Liste. Ja, das ist der Madi. Ja, das ist der Madi. Madi, was machst du da hinten? Warte mal auf uns. Wir müssen auch da hoch, wo du grad bist. Geil, ey. Martin ist sogar noch hier. Boah, schlaff halt ein, oder? Trag deinen LKW um die Kurve, ey. Ich mag halt meinen LKW um die Kurve, ey. Hahaha. So, jetzt fahren vorbei. Wo ist? Tobi, du kommst ja ja da hinten hier zu mir. Ja, ich hab's ja vor, aber der kommt ja nicht aus dem Gruschen hier. Kannst anfangen, Martin. Näh, der Reko. All die Gruschen. Kannst rein. Kannst rein. Komm. Ja, ich komm doch schon. Ich kann nicht schnell, ey. Sag ich fast gut. Das ist geil, ne? Das war grad geil, nee. Hahaha. Die war alles S-Richter. Das ist geil, ne? Wer ist denn, du Reko? 55 Grad, damit die anderen aufschließen können. Also in 160 Meilen bin ich da. Wenn denn so viel beschissen wir woanders. Bart nur zu. Ja, ich geb jetzt wieder Gas.